So, ich hacke jetzt hier noch schnell den letzten Baum ab. Äh, wie, wie waren nochmal die Cordis? Äh, X ist minus 175. Fuck, ja. Und Z ist 50. Das wird doch die richtige Richtung gesagt. Eben. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich sag dir immer die richtige Richtung. Ich bin kein Lügner. Du warst auf der Gamescom, ne? Da warst du in Köln also. Ich war auf so einer Ferienfreizeit, ich fahre dann wahrscheinlich nächstes Jahr nochmal hin, weil die Ferienfreizeit diesmal ist. Seine Monate zu früher, also kann eigentlich auch die Gamescom kommen. Geil, wir gehen bis Fahnda mit zwei Autos zum nächsten Jahr hin. Also, wir werden viele kommen damit. Viele. Von euch jetzt deine Kumpels viele. Ja, Kumpels, dann noch von einem anderen Kanal, dann noch meine Freundin. Es werden viele mitkommen. What the fuck, Alter, ich hab hier von außen seit halben, ne, ich glaub, ich bin mit meinem Zug jetzt oder zu dritten Fall. Wir waren fahnd noch mit dem Zug. Wir wohnen von Köln, vier, 30 Minuten entfernt. Echt? Ja. Gummels, was? Ist halb, ist dreiviertel Stunde ungefähr mit meinem Auto. Nach Köln. Oh, scheiße, ich hab mich wieder verhört. Sie waren nochmal die Cordis, weil ich schreibe die jetzt auch mal auf. Minus 175, ich hab mich gerade auch übelst verlaufen, muss ich sagen. Minus 75 und 50, ne? Alter, ich hab mich übelst verlaufen. Minus 175, oh, scheiße. Oh, du bist in die falsche Richtung gelaufen. Ja, ich bin plus. Oh, okay. Oh, ich weiß, ich bin hoffentlich so so frei. Ich hab mich übelst verlaufen. Und hätten sie schon, glaub ich, in den Wald. Ich glaub, sie soll das sagen. Um 20.15 kommt an, an die Cobra 11. Kennst du das? Ja, natürlich kenn ich das. Du hast auch mal gemacht? Ich hab's früher mal angeguckt, ja. Boah, ich find das so geil, wenn die Autos explodieren, ne? Da hab ich mal, als ich kleiner war, hab ich mein Vater gefragt. Aber wenn man da mit einer Pistole draufschließt, explodieren dann wirklich die Autos? Und dann hat er gesagt, nö, dann war ich voll enttäuscht. Echt? Ja. Okay, ich bin da. Ich seh den fliegenden Berg. Echt? Ja, yeah, yeah. Und wo kommst du? Das wird mich jetzt auch mal interessiert. Ich glaub, einmal so eine Runde gelaufen. Alles war der falsche fliegende Berg. So, jetzt geh ich in die richtige Richtung. Und ich wollte eigentlich gehen, um Bäume zu fangen, zu hacken. Jetzt hab ich jetzt nicht wirklich. Jetzt bin ich da. Gleiches losgegangen und sich zu den Fliegeberg. Was war da? Was ich da war, und so schön, wo wir vorher aufgenommen haben, beim ersten Mal und jetzt. Ich bin da. Echt? Wo? Ich seh dich nicht. Kommst du von hinten an dein Haus, oder? Bin da. Bin jetzt an deinem Haus. Was? An meim? Oder an deinem? Hey, wo bist du? LOL. Oh mein Gott. Wo warst du? Ich bin von da hinten gekommen. Was? Oh mein Gott. Ich hab mich so verlaufen. Ja, man sieht mal, Koordinaten lesen muss gelernt sein. Das ist wirklich nicht so leicht, wie man denkt. Ist wirklich so. Ohne Witz jetzt. Da hab ich mir eben ganz eiskalt hier den Ofen geklaut, glaub ich mir mal, Shell und Wagen immer hinten hin. Böhlich. Wie viel Stein hast du? Oh, ich hätte noch einen eigenen machen können. 24. Weil ich bräuchte noch ein paar Ofen. Aber ich brauch auch noch voll viele. Ich hab kein Stein. Willst du was? Ich geb dir einen Ofen ab, okay? So blöd. Ich bin so blöd. Ja, normal. Mein ganzer Boden hier, oder bitte mein halber Boden von dem Haus besteht aus Stein. Und ich bau den Stein nicht ab. Hm. Ja. Ja. Soll er das noch sagen? Ich sag, nein, 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 pst, nein. Achso, du sagst ja gar nichts. Ja, ich wusste, ich mich nicht mehr hin, ich sag mal. Nein, okay. Hast du Kohle? Ich hab jetzt alles verbraucht. Scheiße. Müssen wir. Dann müssen wir doch mal, ähm, oder muss ich zumindest mal offline bisschen Kohle für die ähm, nächsten Abonnenten und so. Farm, weil... Weiß was, was ich glaub, ich mach nur ein Etage, das Haus ist nämlich ziemlich groß. Ja. Dann kann ich auch schon was für die nächsten Abonnenten ein bisschen Farm und so. Ich glaub, das ist das Beste wirklich, das ist das Haus war nicht so... Das ist gut, das ist eigentlich ziemlich groß. Also ich werde das natürlich eine Räume noch aufteilen. Das ist eigentlich ein schmuckeliges Haus, glaub ich. Also, äh, 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 in Juli, in Deutsch. Ich, ich finde auch, ähm, was will ich jetzt sagen, ich will nicht mehr was ich sagen will. Ich finde auch so, so große Häuser, das lohnt sich auch irgendwie nicht. Ich hab mich auch nicht so, nee, ich hab mich so ein großes Haus. Hab ich wirklich nicht. Ich glaub, ich mach mir so, wenn dann manchmal so... Hab ich hier noch ein bisschen, weil so ein paar Prozent meistert, äh, Terraforming noch. Aha. Und dann, weil ich noch so ein Schirmgarten dran und sowas, denke ich. Ja, das reicht ja völlig, soll ja nicht groß werden, soll ja zur Landschaft passen. Genau. Ja, genau, ich weiß, was ich brauche so. So ein bisschen so Bänke, Parkbänke, du weißt und dann... Hm. Also, als und, ja, wir müssen irgendwas einfallen. Auf jeden Fall. Aber ich finde das Projekt ziemlich geil, um ehrlich zu sein, also... Danke. Los, jetzt glaube ich, wie viel? 130? 140? 140? Live-Streamer hab ich nicht geguckt, aber ich weg, ey, boah, ich hab mich so oft geredet. Recht. Ja, ich hab noch mit einer Magen. Nee, das war aber so geil beim letzten Live-Streamer, einfach mal mal, äh, zwei Stunden überzogen. Ja, wir haben gebraucht, wir, ich will aber überlegen, äh, ist es schwierig, meistens, du hast auf Twitch, ne, der meint, 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 der meint. Ja, ich hab mich, entweder X-Blit oder Adobe, irgendwie sowas. Okay. Ja, ich denk, aber auf jeden Fall, da musst du halt nur, dann wird halt dein Bild schon aufgenommen, ne? Ja, also, du kannst bestimmten Bereich markieren. Ja, genau, weil ich, ich vielmehr, kraft, nämlich nie auf Vollbild. Nö, ich auch nicht. Ja, weil ich mag das nicht so, weil, guck, dann kannst du ganz schnell eben auf Skype oder so, oder? Ja, eben. Ah ja, genau, was ich dich fragen wollte, ne, du hast mir ja immer, immer so auch so gezeigt mit Fraps und alles, ne? Ö, ja, kann sein. Wenn ich jetzt so mit Fraps, ja, hast du mir gezeigt. Ich nehm grad mit Fraps auf, also. Wenn ich jetzt mit mir eine Aufnahme bin und plötzlich krieg ich einen Skype-Anruf, sieht man dann, also der Skype-Anruf wird ja dann immer dir angezeigt, ne, auf dem Bildschirm. Ja. Sieht man den dann? Nein. Ah, dann nimmt Fraps nur das Spiel auf. Fraps erkennt die Spieler automatisch. Also, ich könnte auch jetzt einfach Skype öffnen auf dem Bildschirm und das würde nicht angezeigt werden. Ich könnte jetzt ja auch hier, ich spiele ja Minecraft auf dem linken Bildschirm, wenn ich jetzt da zum Beispiel Internet öffnen würde, du würdest sozusagen das Spielszenen im Postmodus und meine Maus halt, wie ich rumklick. Ja, ja, das meine ich ja. Das meine ich nur, okay, dann, weil ich hab immer, sag ich mal, Angst, nicht Angst, aber halt um die halt, sag ich mal jetzt, Datenschutz von meinen Kumpels halt, ne? Deswegen. Ne, mach ich mich immer auch beschäftigt, nicht, dass ich, äh... Ne, Fraps nimmt wirklich bloß nur das Spiel auf. Oh, das ist geil. Merk, Fraps. Und dann mein Freund, mein Freund, dem Letzsch, hat so gesagt, Juli, kannst du mir Outer City erklären? Oh, Gott. Wie nubig muss man sein, um Outer City nicht zu kapieren. Okay, ich hab jetzt noch ein Grasblock, pam, okay, jetzt muss ich das überlegen, stopp. Also, was ich, wenn ich mal kurz hier auf den Berg. So. So, ich werde mein Haus, mein Haus wird auf jeden Fall im Look sein, oder im aussehend wie ich es immer bau. Oh, es ist ein Ei. Es ist ein Ei. Also, ich hab meine Ei, äh, ja. Aber es ist ein komisches Ei, weil ich glaub, ich hab nicht so richtig gut gebaut, weil, was er hier... Bin ich inkompetent oder so? Inkompetent. Großgebaut. So, ich meine, also viel zu, ich will ja schon ein bisschen symmetrisch haben, ne? Und, boah, so wie bin ich. Ich will, das kann mir doch nicht so entgangen sein. Ich brauch mal... Ne, boah, nicht. Doch, ich brauch... Ne, 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 äh... Boah, ist das hässlich aus, Mama, bitte töte mich. Boah, ist das hässlich? Ja, kein Stein. Nein, doch, hab ich. Aber ganz viel Eisen. Bist du Eisen? Ne, boah, nicht. Doch, großartig ist, aber du bist so... Fakt, kein Zeichen. Lollaschensschaf hier, Dachsbergstuhl. War nicht böse gemeint. So. Falls ihr euch fragt, was es wird... Lasst euch überraschen. Oh, voll überraschen, oh. So, ich mach auf jeden Fall einen Ausblick, äh, da nicht. Ne, voll scheiß, aber nicht hab so... Was? Alter, was sind das dafür mega Dinge? So, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Was kann ich denn jetzt hier machen? Das ist eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei. Okay, sieht's besser aus. Okay, warte mal, wenn ich... Markiere mir mal die Räume, die ich so mache. Ähm... Jetzt schneid's in mein Haus rein. Jetzt auch, oh mein Gott. Aber das ist ja gerade das Ziel, weißt? Deshalb bauen wir das auch in der Winterlandschaft, dass wenn du jetzt dein Haus da baust und Terraforming und so gemacht hast, dass dann wieder alles weiß wird. Ja. Und weil ja Winterzeit ist, liebe Leute. Und bald kommt der Weihnachtsmann und beschert euch. Nikolaus! Letztes Jahr habe ich vergessen, meine Schuhe auszustellen. Mein Vater muss extra machen, die Schuhe auszustellen. Er hat aber selbst das reingezogen. Das macht, weil ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, die Schuhe auszustellen. Nee, ehrlich gesagt, ich mache das gar nicht mehr, meine Eltern geben mir das einfach bloß noch. Hier ist aber, hey, ich werde aber Schuhe ausstellen. Na, nimm das halt. Ich brauche euch eigentlich auch eine Sturmwarnung. Diesen Jahr. Echt? Boah, bitte, ich muss so morgen bis morgen so eine Erörterung schreiben. In der Nacht, dass meine Deutschlehrerin, und ich mache eigentlich, ich schreibe immer ab. Das kann ich nicht, wie ich die Schule überleben soll, aber egal. Nein, soll ich dir was sagen? Ich habe dieses Schule noch keine Deutsch-Hausi gemacht. Das gefällt mir. Daumen hoch. Daumen hoch, abonnieren, favorisieren. Oh mein Gott. Ja, wir machen auch, wir machen jetzt aber auch öfters Aufnahmen zusammen, ne? Um das auch mal zu erwähnen. Echt? Eigentlich nicht, aber. Weiß ich noch gar nicht. Wir haben versucht. So, äh, ja, er wäre jetzt lieber nicht. Bis das recht. Nachher so. Das ist ein kleines Schlafraum, so ein kleiner Schlafraum, so ein bisschen. Ah, man, bei Hexe gibt's so Regale und so. Das ist ja nicht voll gar nicht, ich habe mich schon in einen Riesen. Oh, das ist alles von Hessen nicht. Das kommt ein bisschen auf. immer erst mal ich mache erst mal mit Boden das ist voll hässlich hier kommt noch nicht hin obwohl ich glaube es hat sich eine geile Idee also und selbst so also so eine Treppe die geht an zwei Seiten entlang also an zwei Seiten entlang so hoch und dann könnte ich sogar da bräuchte mich hier unten nicht zu viel, da könnte ich direkt mit der zweiten Etage anfangen dann wirst du auch ein zweistöckiges Haus weil einstöckig so ein bisschen so voll flach und so du weißt das ist ein bisschen scheiße also die meisten Häuser sind ja so zweistöckig sag ich mal ich werde mein als ich werde mein Haus auf jeden Fall zweistöckig bauen ja ich denke ich auch, ich habe auf jeden Fall, wieviel Zeit haben wir noch? ich weiß nicht das ist so unfair ich kann ja kurz gucken, wie dann die Aufnahme geht ähm ähm lol kann das sein, eine Stunde? bitte? ach egal ach scheiß drauf, ich bin nicht mehr was besonderes ich bin nicht mehr was besonderes ich bin nicht mehr was besonderes also also bei mir stand gerade äh bei dem äh erstellen ja wir sind auch glaube ich schon eine gute Stunde da erstellt heute 18 Uhr irgendwas weil ich kann ja mal kurz gucken ja eine gute Stunde ja ja was war es weil ich noch mal ein PC gegangen, 5 Uhr haben wir uns noch getroffen, ne? ja aber du bist erst im halben G-Kon ja, aber du bist erst im halben G-Kon stimmt, ja, Aachen hält oder auch bis im halben G-Kon ja, ungefähr da waren so, so lustige Leute bei mir im TS, wo ich auf den gewandert hab das war wirklich ich bin, ich bin so, so zwei Minuten drin Manu! ja, weil ich hab denen gesagt, dass ich eigentlich auf einen Freund war, denn dann haben den Jan gelabelt und keine Ahnung, alles mögliche so aber ich will keine Schneebälle äh ich will nur die Erde wegkriegen irgendwie ich bin, ich sag mal, ich bin eigentlich schon ziemlich sieben, ich ja jetzt gerade vibriert sowas für andere ich war es nicht jaja okay, ich will es ja nicht jetzt mache ich mal die Druckplatten und mache hier erstmal wieder meine Schaufählen oh nein, ich hab' ich gleich wieder verbaut geil 3, 4, 5, 6, 7 so obwohl, doch nicht es war nur ein Block okay, gut nein, kein Holz, doch oh meine Maus hat wieder vorank gespielt so als ich hoffe, mein Holz reicht, weil ich hab' wieder gestern wieder Singleplayer angefangen und hab' dann erstmal 10 Stacks Holz gefahren und war trotzdem noch nicht fertig oh, ich glaub' ich weiß warum Scheiße, was, ich muss einfach was mit nachgucken oh, ne doch, es war nur Ladegerät anschließen ach so, warum, warum dein Handy vibriert hat ja, es war wegen Akku okay, hast du raus du bist nur YouTube geil, Papa ach, wenn du echt sagst, aufnahme, dann geht er wieder ja ja, gut, weil, bei mir war auch grad mein Vater, da ich so, Papa, wir nehmen auf was sieht der Lappen mich erst mal voll und nicht essen, es ist doch bitte okay ich hab' die Scheißback selber nicht zu werden, fuck ja, bitte ich bin bloß ein bisschen aggro und er hat er glaubt, gerade zum Mikrogemütet und ich hab' gar nicht so gut, ich hab' so gut, warte, warte, warte mal ganz kurz oh, Arschkramm Arschkramm ich wollte ganz kurz fast mal gucken alles klar, läuft, so okay, also man lege dann das irgendwie den Boden in einem anderen Holz zu machen aber das beißt sich, du weißt das scheiß aber, wo ich glaub' den untersten Boden mach' ich mit so Fliesen, so Steinziegel ne, ja doch Stein oder irgendwas ich mach' die Wände aus dem Fichtenholz und den Boden aus Eichenholz aber warte ganz kurz kommt jetzt dein Vater okay, ich glaub' er kommt nein, ist meine Schaufel kaputt aber irgendwo müsste ich jetzt noch Platz haben für ne Treppe nach oben ähm, ja ich muss mich nach scrubbeln legen aber ich gehe jetzt aber noch, oh mein Gott meine Aufnahmestörungen, es tut mir leid, ich behaupte mich nicht wer denn Vater? ich hab' noch eine Viertelstande dann muss ich hab' hapa' hapa' machen aber wie weit wird blau-nudeln der Kopfreihe und gut und er hat sich das mal sagen wo du wohnst du kommst in ich wohne in Sulzbach also ich hab grad also hatte das kurz ich wohne in Sulzbach ach so scheiße wo ist das bei Württemberg ach du scheiße beste Bundesland ein ein Nordrhein-Westfalen einfach alter Wien ja okay aber bloß wegen dem Internet aber ich hab ihn schon in so umrundung nicht denn wie mache ich denn jetzt um das ich kann sich alles im Holzbau das ist nicht mehr ich gehe mal kurz bei Prozent Manu vorbei und mal gucken wie sein Haus aussieht denn ich wäre eigentlich schon außen fertig ähm ja fertig brauchst du Glas? ich hab jetzt ganz viel Sand im Ofen gehabt und ich brauch eigentlich nicht mehr so viel die 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 also so weit ist ja schon mal oh Gott ein Riesenhaus Ich warte einfach ganz kurz, ob er... Oh, das ist ein... Lass mal snacken. Nein! Öffne jetzt. Dann, ähm, mal gucken, ob er wieder kommt. Wenn nicht, würde ich einfach mal sagen... Warte, sieh mal. Für die ersten... Ich schätze mir eher, dass es drei Folgen sind. Ich hoffe, es gefällt euch. Falls ihr auch mitmachen wollt, kein Problem. Schreibt unten in die Kommentare, in das Infovideo oder hier drunter einfach... Ähm, ja, ich möchte gerne mitmachen oder ich weiß nicht was. Schreibt einfach unten rein. Und dann treten wir in Kontakt. Und dann nehmen wir hier dieses Abonnenten-Special auf. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, einen Daumen hoch. Und natürlich ein Kommentar... Kommentar da lassen. Und dann, äh, sehen wir uns das nächste Mal, wenn... ...der nächste Abonnenten dabei wäre. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich... ...äh, eine schöne Weihnachtszeit. Äh, genießt... ...die Zeit noch bis zum 24.12. Ist ja wirklich nicht mehr so lange. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt... ...weihnachts-Special. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Äh, tschüss.